Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sly und wir geben jetzt lustige Dinge ein. Schauen wir mal. hoch, links, runter, links, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, RUNTER, RÉCHTS, RUNTER, RÉCHTS, HAUCH, RÉCHTS, RUNTER, RÉCHTS, RUNTER, RÉCHTS, RUNTER, RÉCHTS, RUNTER, LINKS, RUNTER, RÉCHTS, RUNTER, RÉCHTS, RUNTER, LÄCHTS, RUNTER, RÉCHTS, 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 RUNTER, RÉCHTS Okay Was sind neun? War eine sehr lange Reihenfolge, ja das ist klar, weil es auch ein sehr langes Stück ist, aber mir fehlt die neun Irgendwas auf dieser Seite ist noch eine Endeingabe, die ich nicht verstehe Die mir wirklich fehlt Und ich weiß nicht, was die 55 noch hat, weil die 55 existiert für mich noch nicht Das macht den Reiz aus, das Spiel fordert dich halt mal ein bisschen, Pikachu Das ist kein Edible, leicht Contable, wo du sagst, gib mir mal smart Muss ich dafür ins Startmenü? Nee, oder? Nee, oder? Also jede Seite hat normalerweise was Goldenes Und alles was Gold ist, sind die Rahmen hier Die Sache ist die, ich komme von unten Ich hab auch schon kurz überlegt, ob es die Zwischenteile sind, aber die sind es nicht Sondern Motto, links, runter, rechts Aber ich komme von unten, das heißt, ich hab erst gesagt, okay, da muss ja irgendwas von unten sein Aber Ich seh das nicht Hat einer von euch ne Idee? Ich komme nämlich gerade nicht drauf Ich hab viele schon Antworten gefunden, ne, aber das gerade Es entzieht sich meine Aufmerksamkeit Kennst die Lösung, okay, dann gib mir mal einen Tipp Und wer ist denn so mit? Wenn du die Lösung kennst, dann gib mir einen Tipp Keinen Spoiler, aber einen Tipp Was ist denn hier die Lösung? Jede Seite hat irgendwas Goldenes gehabt So wie hier, so ein Bogen Ich muss das machen, was auf der Seite steht Ich muss den Spielstand manuell laden? Letzte Call Ich muss den Spielstand manuell laden Guck, da führe ich fort Also cool zu sehen Man sieht hier so ein bisschen Um Was? Was? Huh? Huh? Was? You kidding me! Die haben die Lösung in einen Speicherstand verballert. Ihr seid die widerlichsten Schweinepriester. Ich liebe euch! Und hier müsste eine Mauer sein. Hä? Hä? Okay. Und unten geht es nach links. Dann geht es hoch. Dann geht es rechts. Dann geht es hoch. Dann geht es links. Dann geht es hoch. Dann geht es wieder links. Ne, der fängt wieder von vorne an. Hier müssen jetzt zwei sein. Ja. Alles klar. Was für ein Schweinepriester. Tja, und jetzt müsste ich die 55 wissen, die für mich übrigens noch vollkommen unbekannt ist. Ah, nur 35 Seiten. Mal die Seite 9 hat er. Und er hat die Münze, die ich brauche, die letzte. Das ist die Schweinepriester. Dass die Schweinepriester eine Secret in der zweiten Datei reinpacken. ne? Lach mich tot. So, jetzt die Frage. Was ist 55? 55 besitze ich nicht. Das heißt, die Antwort kann ich geben. Entweder ist das jetzt der Abschluss und er wird so geduldet, wie er ist. Oder I'm fucked. Hoch, links, runter, links, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, links, hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, rechts, 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 Hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch. Nein, ich brauche die für 50. Nein. Okay. Es fehlt mir eine Seite. Und ich habe die Befürchtung. Kurze Frage, mache ich da gerade den Endboss? Ich möchte wissen, wofür dieses Rätsel ist. Ich nehme diesen Spoiler jetzt her. Mache ich da gerade den Endboss? Ist das der Endboss? Leute, ich habe jetzt keine Zeit. I don't know. Okay. Wo finde ich Seite 55? Ich will dieses Rätsel jetzt lösen. Ich kann dir, ich kann dir was sagen. Der 5, ich kann, dann lass mal hören. Wo ist die 55? Ich brauche nur die letzte Seite. Wo ist die scheiß 55? Ich habe so viel gelöst, das kann ja nicht wahr sein. Das wird, das wird, boah. Okay, was willst du mir wegen der für 50 sagen? Komm, ich nehme das gerade. Ich bin so nah dran. So, lol, Alter, wie, hier einfach der zweite Speicherstand dir das verrät. Nach der, laut Google ist 55 das Ende. Nach der 9 geht es nur hoch. Nach der 9 geht es nur hoch. Und die 55 ist das Ende. Da habe ich einen Fehler drin. Ich habe mir, ehrlich gesagt, fast gar nicht vorgestellt. Aber gut, äh, ist jetzt eine lange Kette. Pass mal auf, such mal die Reihenfolge raus. Und ich gleich die jetzt mit meiner ab. Und wenn was falsch ist. Dann darfst du meckern. Das wird jetzt auch Sinn ergeben, dass die 55 halt nichts ist. Das Ende, weil das Ende hatte ja auch immer irgendwie was. Also. Puh. Wollen wir mal schauen. Wir fangen an mit. Oben. Links. Ich mache, glaube ich, Buchstaben, oder? Oben. Links. Oben. Links. Unten. Links. Oben. Oben. Links. Unten. Links. Oben. Links. Unten. Links. Oben. Rechts. Oben. Rechts. Hoo. Um. from the way to go. links, oben, rechts, oben, links, unten, links, oben, rechts, oben, links, oben, Rechts, unten, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten, links, unten. Der Platz wird knapp rechts, oben, rechts, unten, rechts, oben, rechts, unten, rechts. Oben, rechts, unten, links, unten. Links, unten, rechts, unten. Rechts, unten, links, unten. Rechts, unten, rechts, unten. Rechts, oben, rechts, unten. Unten, rechts, oben, rechts, unten. Unten. Oh, du bist noch nicht durch, aber das ist echt langer Code. Aber ich mag's, das ist echt. Links, oben, rechts, oben, links, unten. Links, unten. Links, unten. Links, oben. Links, oben, links, oben. Links, unten, links, unten, links, unten, links. Also, hey. Ja, gehen wir mal an. Dann wird einem nicht langweilig. Das ist ein Code, Alter. Oben, links, unten, links, oben, links, unten, links, unten, links. Oben links, oben links, oben rechts, unten links. Oben, rechts, oben, links, oben, rechts, unten, rechts, unten, links, unten, rechts, unten, Unten links. Unten rechts. unten rechts unten links unten rechts unten links unten rechts oben rechts unten rechts oben rechts unten links oben rechts oben links unten links oben links oben links oben rechts oben links oben Auf welcher Seite habe ich denn Fehler? Okay, ich kriege ein Schaubild. Das nehme ich. Weil ich habe es ja hier abgezeichnet. Das hilft mir nicht viel. Du hast mir jetzt ein Bild geschickt. Und da steht gar nichts drauf. Außer dass die 55 der Punkt ist. Ach so, da. Oben. Genau, warte mal. Oben, links. Unter. Habe ich, habe ich. Ich versuche es mir gerade zu zeigen. Damit ihr das mal gerade so mitkriegt. Das sieht auch echt genauso aus. Warte mal. So. Also, oben, links. Unten, links. Oben, links. Bei mir sieht das genauso aus. Ja, ja, ja. Zacke, habe ich hier auch. Das habe ich hier auch. Den habe ich auch. Dann gibt es hier noch links, rechts. Habe ich. Der geht hier oben lang. Geht hier unten. Macht runter. Macht links. Da, macht da. Geht hoch. Ich weiß zwar nicht, was das hier bringt, aber den habe ich ignoriert. Genau. Der geht da hin. Da hin. Da hin. Da habe ich. Ja, habe ich auch rechts. So, dann geht der hier rechts. Dann geht er runter. Habe ich. Geht hoch. Macht den hier. Macht den. Links, runter, rechts. Ganz hoch. Da. Ja, den habe ich auch. Ja, links, runter, runter, links, kleiner runter, rechts. Ja, wieder runter. Habe ich auch. Auch. Habe ich auch. Ja. Äh. Ja. Okay, die habe ich hier weiter höher gemalt, aber das passt. Zack, zack, zack. Rechts hoch, links runter. Ja. Auch. Dann ist nur der hier. Mhm. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Wieder hoch. Links hoch. Habe ich genauso. Habe ich genauso. Was ist denn da mal falsch eingegeben? Ach ja, gut. Eine Folge. Wir probieren es gleich nochmal richtig einzugeben. Genauso habe ich es auch mal. Also für die Leute. Oh, hier. Ne. Da. Genauso. Also ist irgendwas an der Angabe nicht richtig. Finden wir raus in der nächsten Folge. Wenn ich dann hier mal wieder ins Spiel richtig drin will. So. Euer Sly. Ciao.